Sie haben jetzt gekocht, das Rezept für Österreich. Wie schmeckt es? Ich muss sagen, es schmeckt exzellent, aber man muss auch ehrlich sein. Bei diesem exzellenten Koch, dem Herrn Oliver Hoffinger, da kann man was lernen. Und ich muss sagen, der Salat ist einzigartig. Und ich war ja heute der Kochgehilfe, da muss man schon ehrlich sein. Aber hat mir Spaß gemacht und war eine schöne Erfahrung. Einen guten Appetit! Die dürft ihr übrigens nicht...